Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Conan Herausforderungen für den Battle Pass. Und zwar haben wir heute die Herausforderung alchemistische Grundsubstanz herstellen. Das ist eine ungewöhnliche Herausforderung und wir müssen auch nur eine dazu herstellen. Dazu geht ihr einmal in euren Feuerscheinkessel. Ihr braucht eigentlich nicht viel zu machen und zwar ihr klickt hier das erste an. Ihr legt einmal Silberstaub rein. Das erhaltet ihr, wenn ihr auf dem Mahlstein einen Silberbarren malt. Dann erhaltet ihr Goldstaub, indem ihr einen Goldbarren malt und einmal Wundsekret. Das Wundsekret könnt ihr mit verdorbenes Fleisch in der Presse herstellen. Und zwar braucht ihr 50 verdorbenes Fleisch für ein Wundsekret. Habt ihr die Materialien dann in den Feuerscheinkessel reingelegt, drückt ihr einfach nur auf Herstellen, wartet kurz und ihr habt auch diese Aufgabe erfolgreich beendet. Ich hoffe, dass euch das Video weitergeholfen hat und ihr könnt natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr weitere Videos zum Thema Battle Pass bzw. Herausforderungen sucht, dann schaut doch einfach mal in meiner Beschreibung nach. Da findet ihr eine Verlinkung zur gesamten Playlist. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.